Füße bis hin über die Tante, Füße, Füße zusammen, Arme kommen hier auch hoch. Krasse, dann aber sobald du rauskippst, du bist auseinander, nimmst geil alles zu liegen. Hat im Hintergrund das hier in die Stoßensorte mit Schreis. Und sobald du weggekippst, ist Arme auseinander. Schön geiler. Schönen Rückreuz, 10 runter, 3-3-1. Wenn du willst, kannst du hier auch abspringen, weil hier spielt hier im Wasser keine Rolle. Der Türen in der Mitte, kannst du nicht festhalten. Du weißt es ja, nicht lange überlegen. Füße bis hin über die Kante und schön zusammenfassen. Durchspringen. Lass mich mal auf der Seite vorbei. Andi, wie willst du mich? Ja, frei. Komm mal kurz an die andere Kante, mich mal anfassen. Ich brauch irgendwie die andere Seite noch. Hör mal kurz an die andere Seite. Ich weiß nicht, ob ich da war. Ich hab die noch irgendwo mal rausgekommen. Ich hab die noch irgendwo rausgekommen. Ich weiß jetzt schon mal. Frag ich zu ihm oder willst du das selbst? Es geht mal selber. Alle die gleiche Antwort, oder? Drei, zwei, eins, PUNCHI! Ja! Das meinte ich. Oh! Dammit! Gut. Du hast noch eine Tour. Noch was warten oder dann können wir zurück? Bleib du jetzt einfach mal da hängen. Okay, das war ja. Was ist das? Oh! Das war ja. Da ist es hier. Oh, das war ja. Oh! Das war ja. Oh! Ich bin nicht mehr, wir sind nicht mehr. Oh! Okay, irgendwie.